Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu God of War. Wir sind gerade dabei nach Mispelheim zu reisen, nachdem wir die dazugehörige Sprachschiffre vervollständigt haben. Sollten wir in der Lage sein, diese Welt zu besuchen. Ja, das sieht gut aus. Ah. Diese Welt ruft ja geradezu danach, dass wir sie betreten. So, Mispelheim. Weltverfügbar. Ein andermal Kopf. Ach ja, wollte ich jetzt auch ehrlich gesagt gerade sagen. Ach komm schon, Kratos. Lass ihn wenigstens zu Ende erzählen. Das ist immer wieder geil anzusehen. Sehr schön. So, jetzt bin ich gespannt, was mich in dieser Welt erwartet. Mispelheim. Hey, was geht? Ähm. Moment. Ich dachte schon. Ich bin doch nach Mispelheim gereist. Ich dachte jetzt echt, ich hätte irgendwas verkackt. Brocksladen. Hitze ist verdammt hilfreich bei meiner Arbeit. Macht sogar den Raum selbst biegsamer. Zum Beispiel diese magischen Türen, die du so magst. Hier führen sie alle zueinander, ganz ohne Brocks zutun. Geh mal dort drüben hin und wecke sie auf. Du wirst sehen, durch Muspel zu reisen ist kinderleicht. Solange du nicht gekocht wirst. Oh je, Mine. Wer einspaziert. Das war's mit Ruhe und Frieden. Okay, gibt es irgendetwas, was ich jetzt gerade upgraden kann? Ähm. Junge? Ah, da brauche ich gehärteten Svartal-Faim-Stahl. Und deutlich mehr Hacksilber. Ah, den zerbrochenen Panzerhandschuh der Zeiten. Den kann ich jetzt machen. Nice. Ja, verbessere ich natürlich. Wie viel? 55.000? Alter, zwei Drachentränen. Ja, okay, mache ich. Fuck it. Bam. Damit steige ich nochmal ein bisschen in meinem Gesamtlevel auf, wie es aussieht. So. Ähm. Genau. Dann kann ich hier noch einmal eine... Irgendwas rein platzieren. Oh, Tieres Splitter. Alter. Ah, auf alles plus sechs. Ja, nehme ich. Nehme ich gerne. Geil. So, dann bin ich mal gespannt. Wie sieht diese Welt jetzt aus? Die Welt des Feuers. Ganz schön heiß hier. Aber ist das Schnee? Asche. Asche, ja. So fällt sie nur bei großen Feuern. Diese ganze Welt ist ein einziges Feuer. Der Ursprung allen Feuers. Und auch der Sonne und Sterne, wenn man der Legende glaubt. Sollte man das? Ich meine, wir sind hier und verbrennen trotzdem nicht. Noch nicht. Naja, sie wird sich seit Urbeginn der Schöpfung stark abgekühlt haben, meint ihr nicht? Nibelheim ist ja heutzutage auch kein reines Eis mehr. Das ist die Natur der Dinge. Die Zeit mildert alle Extreme. Feuer kühlen ab, Männer werden halb und grau, Köpfe werden abgehackt und an Gürteln getragen. So ist das Leben. Ähm, wenn du meinst, Mimir. Er meint es so und er hat durchaus auch recht mit. Alter, hallo. Krass. Es ist im Prinzip ein einziger Vulkan, diese Welt. Ein endloser Vulkankrater. Voll mit Magma, Lava. Und allem anderen drum und dran. Flüssigem Feuer, wenn man so will. Wenn man es so nennen möchte. Ähm, ich gucke natürlich überall, ob es nicht noch irgendwelche Sachen hinter den Statuen gibt. Entschuldigt, ich dachte jetzt hätte es an der Tür geklopft. Äh, hab mich nur verhört. Hm. Na gut. Hier scheint erstmal noch nichts zu sein. Wundert mich. Ich frage mich auch, ob Odin hier auch einige Raben hingeschickt hat. Gehe ich mal stark von aus, oder? Er schickt seine Viecher auch sonst überall hin. Äh, okay. Mispelheim. Äh, ist das wirklich notwendig, dass du hierher, hier nochmal einen Laden eröffnest? Ich meine, dein anderer Laden ist gerade mal... Der ist keine 100 Meter entfernt. The fuck? Also gut, was ist kaputt? Dann wohl nächstes Mal. Ja, genau. Ah, da geht's lang. Okay. Und hier auch noch ein weiteres... Tor. Wozu? Ganz ehrlich, so weit war der Weg doch nicht. Was? Was stand hier gerade? Arena 1? Äh. Okay. Arena 1. Vater, ich höre eine Stimme. Wieder ein Halb. Ich glaube nicht. Sie kommen von da oben. Vulkan-Eck-Klimmen. Aha. Hallöchen. Schwelende Glut. Ah, und Feuerwappen. Das brauche ich doch für diese neue legendäre Ausrüstung, die ich da jetzt freigeschaltet habe. Oder vielleicht nicht legendär, zumindest episch. Ist das nicht so ein Ding, das so ein Feuertroll mal bei sich gehabt hat? So eine Säule, die er einfach mit sich rumgeschleppt hat und als Waffe trug? Oh Gott. Gleich hier um die Ecke. Ei, 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 ei. Es ist ein großes Schwert. Es will wissen, ob wir bereit fürs Training sind. Okay. Soll das etwa heißen, dass hier ist eine Art Arena-Welt? Ich muss quasi Gegnerwelle um Gegnerwelle besiegen? Weil danach hört es sich gerade für mich an. Schließen Sie die Prüfungen ab, um die nächste Arena freizuschalten. Drücken Sie X, um die Herausforderung anzunehmen. Kreis zum Ablehnen. Dreieckchen aufwärmen. Gegner töten, bevor die Zeit abläuft. Öh. Mach dich bereit, Junge. Ja, Vater. Draufen! Fünfzehn Gegner in drei Minuten, okay. Also geht es jetzt auch um Geschwindigkeit. Ah, da kommt der Nächste. Sehr gut. Jawohl. Sehr gut. Nice. Und weg mit dir. Ich finde es geil, dass der Kopf auch, äh, möglichst... Er ist quasi meine Augen, die ich im Rücken habe. Er ist das Augenpaar, das ich mir im Rücken habe. Und Bäm, Bäm, Bäm. Yes. Mispelheim-Püfung abgeschlossen. Jawohl. Herr mit dem Schatz. Können wir nicht wenigstens einmal Weihrauch finden? Der Geruch von Schwefel wird schnell langweilig. Hm. Schwelende Glut und ordentlich Hacksilber. Sehr schön. Und nun? Ich sage, die Prüfung hat noch eine Stufe. Aha. Die schwieriger. Okay. Prüfung eins schwer. Sei bereit, Junge. Das bin ich. So. Noch mehr sind auch noch. Gegner werden wiederbelebt, wenn andere Gegner noch leben. Okay. Also wie, ich soll sie gleichzeitig töten? Welle abgeschlossen. Wachsam bleiben. Oh Gott. Ja, im ersten Mal kümmere ich mich natürlich um den Degen hier. Hier werde ich jetzt erstmal diese Wiedergängerin platt machen. Hier ist meine Axt. Hier ist meine Axt. Ah, scheiße. Ja, da wurde der jetzt wiederbelebt. Shit. Er schießt wieder auf uns. Ja. Bereit für Anderung. Ah. 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 Komm schon. Ey, das kann doch nicht sein. Diese scheiß Schlampe. Wie sie die ganze Zeit meinen, äh, den Angriffen ausgewichen ist. Sogar den Pfeilen ist sie ausgewichen. Was soll denn der Dreck? Das war jetzt eigentlich nicht so voll. Ach komm ey! Ne, das kann nicht sein! Ach, danke. Wenigstens gibt es ein paar Minuten Verzögerung. Oder ein paar Sekunden Verzögerung zwischen den einzelnen Toden. Was soll das denn hier gehen? Ist das euer Ernst? Wie ist das denn hier? Die Schupe ist in der Falle. Der Schupe ist in der Falle. Das ist es, was wir finden. Dann wird es in der Falle. Ich bin bereit, bleiben Sie. Was ist das? Ah, zum Kotzen. Wie soll ich die denn alle erwischen? Die sind doch die ganze Zeit unter der Erde, die Dreckstriecher. Komm schon, komm schon. Ich habe ihn. Das ist doch der letzte. Fuck you. Ach, leck mich doch am Arschloch jetzt. Ich war ganz ehrlich. Ach, sag mal. Das machen die doch absichtlich, oder? Komm, komm. Mann, ey. Komm, komm. So, ich werde jetzt mal die Viecher hier alle versammeln. Weil das Bullshit ist. Das war jetzt dumm. Großartig. Ich bin bereit. Ohne Scheiß. Jetzt gerade ist es echt frustrierend. Kommt doch mal her. Kommt doch mal alle hierher. Versammelt euch. Machen wir eine kleine Party. Irgendjemand fehlt hier doch in der Party. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ja. Ohne Scheiß. Geht doch Meins Schwelende Glut Hacksilber So, gefällt mir das Sehr gut Okay Dann können wir doch theoretisch weitermachen Lass mich raten Wahrscheinlich gibt es einen Schnellreisepunkt Nach jeder Arena Also, niemand lebt hier Oder? Nur ein Feuerriese könnte hier leben Der Prophezeiung nach werden wir die erst zu Ragnarök wiedersehen Ganz ehrlich Ich würde mich überhaupt nicht wundern Wenn der Kratos am Ende für das Ragnarök sorgen würde Ich meine, er ist der griechische Gott des Krieges Mittlerweile Er hat den Ares als Gott des Krieges ersetzt Von daher Ragnarök Ein Krieg zwischen den hiesigen Göttern Und den Zwischen den hiesigen Göttern und den Riesen Wahrscheinlich zwischen allen Völkern Ich glaube, da wird Kratos durchaus seine Finger im Spiel haben Demnächst Könnte ich mir durchaus gut vorstellen Okay, machen wir mal weiter Herausforderung angenommen Fünf Minuten überleben Da sind sie Bin ich geheilt worden? Ja Immerhin etwas Okay, es war jetzt blöd Jetzt habe ich meinen leichten Ruhenangriff verschwendet Jetzt habe ich mich gerade an der Nase gekratzt, nachdem ich den Typen erledigt habe War ein Fehler Jetzt habe ich mich gerade an der Nase Ohne required BAM! BAM! Und BAM! Bleib doch wenigstens eingefroren, du Sau! Voll geil, ey! Die scheinen echt nur aus dieser einen Ecke hier zu kommen! Au! Au! Und zack, zack, zack! Tschüss! Upsala! Ei, 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 ei! Oh, oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut! Ich brauche ja theoretisch auch gar nicht zu kämpfen, ne? Weil ich muss ja nur überleben. Das ist die einzige Bedingung für den Sieg! Und BAM! BAM! Sehr gut! Und das auch noch! Hehehehe! Also wenn wir dafür nicht mal ordentlich fette Erfahrungen bekommen, dann weiß ich auch nicht! Und... Hey, 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 sieh! Sei still, Kampf! Hehehe! Echt mal! Wenn du nichts, äh, für den Kampf beizutragen hast, dann halt die Fresse! Nice! Oh, guck euch mal dieses Feuerwerk an! Ein wahrer Traum an Effekten! Ha ha ha! Sehr schön! Sehr schön! Immer schön weiter in Schach halten, Atreus. Sehr gut. Ah, das klappt ja echt wie... Wie am Schnürchen. Das rein zu Kinderspielen. Nur noch eine Minute. Wir haben jetzt schon etliche Gegner gezündet. Aiuiui. Das kam ein bisschen zu spät, Kopf. Und... Oh, sch***. Oh, das geht weg, so ja. So. Bam! Aber es jetzt läuft doch mal verdammt gut, oder? Und das auch noch. Hehehe. Und das auch noch. Viel Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Gott, macht das Spaß. Haha. Nice. Gewonnen. Oh, yes. Sehr gut. Das ganze Hacksilber können wir zum Glück noch nachträglich einsammeln. Perfekt. Ja. Super gut, wenn man die Gegner am Spawnpunkt festhält. Keine Chance. Sehr gut. Schwelende Glut. Und alles wird gut. Na dann, Gegner regenerieren schnell Gesundheit. Oh. Okay. Gegner erholen sich schnell von jeder Verletzung. Mit anderen Worten, ich muss sie sehr fix erledigen. Alter. Aber wenn... Okay. Mit anderen Worten... So was. Ist jetzt gerade angesagt. Ich brauche Betäubungsschaden on mass. Nice. Fast schon. Bei Exekutionen bin ich zum Glück unsterblich. Oder unverwumpa. Bäm. Und bäm. So. Sehr gut. Geht ja noch einigermaßen. Oh nö. Ja. An sich ist das ja jetzt... Nicht allzu schwierig. Die Lösung hier ist ja ganz klar. Betäubungsschaden. Denn Exekutionen ziehen sofort alles ab. Scheißegal, wie viel sie noch haben. Hallo. Hat er hier eine Eisbarrikade aufgestellt? Alter. Fuck. Okay. Noch was? Oh Gott. Der wird witzig. So. Fuck it. So. Runter mit dem. Weil seine Exekution sagt nur, dass ich ihn rumtragen kann. Deswegen schmeiße ich ihn lieber runter. Auf diese Weise ist er instant weg. Geil. Geil. Sofort runtergeschmissen. Keine Chance, ob ich irgendwas gehabt habe. Geil. Scheiße, super. Ey, die geben auch nicht auf, ne? Geil. Jyks. Unglaublich. Wie viele gekommen denn noch? Da hinten. Bin so weit. Und Bäm. Oh Gott. Nö. Und zack. Geh. 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 Natürlich auch nett. Zack. Fuck. Leck mich mit deiner Verteidigung hier. Jetzt ist Ruhe im Karton. Ach, gibt's denn das? Wieso weiche ich dem Typen auch nicht aus? Yes. Ich muss mich jetzt gerade echt so ein bisschen konzentrieren. Das ist echt heftig. So, bitte sag mir, dass das jetzt der letzte war. Ai, ai, ai. Komm. So einen hab ich durch. Puh. Das war nicht schlecht. Ja, jeder Gegner musste quasi hier exekutiert werden. Nicht übel. Puh. Schwelende Glut. Hack selber. Lass uns ab in. Yep. Ach, von da kamen wir. Oh, hoppala. Sorry. Ach, hier ist schon direkt die nächste Arena? Oder was? Ich frag mich, ich frag mich, ob ich jetzt schon irgendeine, 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 etwas herstellen kann. Ich kann ja mal zu Brocks Laden reisen. Ich kann ja mal zu Brocks Laden reisen. Mal gucken. Vielleicht kann ich ja schon was herstellen mit den schwelenden Gluten. Ich weiß, was ich weiß. Ich weiß, ich war ein Weilchen auf einem Berg. Aber seit wann bleiben die Toten denn nicht mehr tot? Etwas Wiederbelebung unter Freunden ist eins. Ich beschwere mich nicht. Aber ganz hehl scheint nach Midgard zu schlendern. Oh, das ist offensichtlich. Und Odin ist der König der Pfuscher. Ich will mir nicht ausdenken, was er getan hat. Vielleicht etwas mit den Walküren. Das wäre für wahr ein gefährliches Spiel. Etwas mit den Walküren. Selbst Mimir weiß nicht, warum so viele Tote in Midgard umherwandeln. Aber er vermutet, dass Odin und vielleicht sogar die Walküren etwas damit zu tun haben. So. Mal gucken. Was kann er jetzt herstellen? Oh, hallo. Ascheregenbrustschild. Boah, geil aussehen tut er ja schon. Guckt euch das mal an, ey. Nice. Rüstung geschmiedet in der Welt des Feuers. Mit schwelender Glut verbessern, um ihr Potenzial freizusetzen. Ihr wahres Potenzial. Stärke und Abwehr. Und beides nicht zu knapp, ey. Wenn ich noch Abklingzeit dazu haben möchte, sollte ich mir das nehmen. Wenn ich etwas Vitalität und etwas mehr Stärke haben möchte, nehme ich das hier. Boah. Aber ganz ehrlich, das hier sieht schon richtig geil aus. Das würde ich schon ziemlich gerne haben. Vor allen Dingen wegen der hohen Abwehr, die ich dann kriege. Dann verzichte ich zwar auf etwas Stärke, aber das ist ein Opfer, das ich durchaus gewillt bin, einzugehen. So, nice. Ja, direkt ausrüsten, das Ding. Natürlich. Armrüstung. Ah, da habe ich ja noch diese Türsachen. Die will ich lieber erstmal behalten, dann kümmere ich mich um andere Dinge. Wie zum Beispiel hier den Ascheregen-Kriegsgürtel. Ich glaube, da werde ich eher die Version nehmen, die mir deutlich mehr Stärke und Vitalität bringt. Da brauche ich 18 schwelende Glut für, also reicht gerade dazu aus. Was für den Jungen? Also entweder das hier oder das hier. Vom Aussehen her sehen beide geil aus. Aber ich muss zugeben, das hier sieht so ein bisschen aus, als wäre Kratos Schritt aus Magma. Aus etwas getrockneter Magma. Und das hat auch schon etwas für sich. Ja, ich glaube, ich nehme das hier. So, jetzt erstmal bei der Rüstung gucken. Hier habe ich ja noch etwas im Platz, was ich rausnehmen muss. Stärke 20, 22. Ja, das hier hat aber deutlich bessere Werte. Moderate Bonusaktivierungschance, um Gegner im Umkreis erschütternden Brandschaden zuzufügen. Oh. Rüsten Sie das gesamte Ascheregen-Set aus, um die Chance zu erhöhen. Ah. Okay, dann wäre es vielleicht cleverer gewesen, das komplette Set herzustellen. Anstatt jetzt von verschiedenen Sets etwas. Ah, blöd. Schaden aller Axtwürfe, das nehme ich natürlich. Resistenz gegen Frost, Gift, Brand. Achso, ja, Axtwürfe werde ich natürlich auch. Siegel der Axt. So. Gut. Ähm. Ja, schwelender Schwefel. Das war jetzt nicht so clever von mir. Da habe ich jetzt ein bisschen die Ressourcen verschwendet. Äh. Was habe ich da vorher? 6, 27, 10. Ja, ja. Deutlich besser. Deutlich besser. Hatte ich da... Ja, da hatte ich etwas Glück. Ähm. Segen der Abklingzeit bei jeder erfolgreichen Tötung. Gift. Ja, Resistenz gegen Gift ist auch nicht schlecht. Nehme ich auch mit. Okay. Eine andere Sache. Gerne, hab geöffnet. Ähm. Brustrüstung, verbessern. Ja, kann ich natürlich noch nicht. Brauche ich Feuerwappen und schwelende Glutführe. Versteht sich. Na, dann mal weiter. Und natürlich auch einiges an... Ähm. Einiges an Hacksilber. Aber Kratos hat jetzt auf jeden Fall schon mal einen deutlich geileren, besseren Look. Gefällt mir richtig gut. So, dann reisen wir mal zu Arena Nummer 3 zurück. Was glaubst du, Mimir? Was will Baldur von uns? Sehen wir uns mal an, was wir wissen. Baldur ist Odins bester Pferdensucher. Zweifellos. Wenn er euch sucht, solltet ihr die Möglichkeit erwägen, dass Odin euch suchen. Und was Odin will, davon kann ich dir ein Liedchen singen. Er ist doch König der Götter. Der Asen, ja. Aber sein Einfluss ist nicht unbegrenzt. Und was er nicht erreichen kann, da will er unbedingt hin. Jedenfalls hat er mich dafür über die Jahre genug gefoltert. Aha. Soll das heißen, er will andere Götter herausfordern an anderen Orten? Stellt euch jetzt mal vor, das wäre krass, wenn jetzt auf einmal noch eine andere Mythologie hier eingefügt wird. Eigentlich soll es um die nordische Mythologie gehen, aber plötzlich kommt auch noch die ägyptische dazu. Das wäre krass. Ganz ehrlich, wenn sie mit der nordischen Mythologie durch sind, dann will ich definitiv, dass sie auch God of War-Teile für die ägyptische Mythologie machen. Weil da gibt es auch richtig viel Potenzial. Die ägyptische Mythologie ist für mich persönlich die, die am interessantesten ist nach der Glichelchen. Ja, ein bisschen rumgeklettere. Weiß ich auch nicht, warum das jetzt nötig ist. Ich meine, es ist ja eh nur Erwählen, zu denen ich gehe. Ja, kein bisschen Furcht einflüsse. Tja. Ja, ja, die Naivität eines Kindes. Solange er von der Lava nicht komplett zerlegt wird. Noch ein Schwert. Wie viele davon es hier wohl gibt? Oh, sechs. Ah. Die Stimme sagt sechs. Aha. Okay. Mystische Tore, drei von sechs. Ja, dann dauert das ja nicht mehr lange. Und ich wette, am Ende ist dieser andere Sammelgegenstand. Gehe ich stark von aus. Alles klar, Leute. Allerdings ist das jetzt alles an Zeit, was ich für diesen Part übrig habe. Wenn ich richtig sehe. Ich kann den am Ende des Parts noch einmal Erfahrungspunkte einsetzen. Ich habe wieder 21.000, ey. Die kriege ich doch jetzt alle im Leben nicht ausgegeben. Ich werde jetzt einfach mal alles hier an Erfahrungspunkten, äh, an Fähigkeiten kaufen. Ich glaube kaum, dass ich, ja, ich werde noch sehr viele Erfahrungspunkte übrig haben am Ende. Guckt euch das an, ey. 5.000 habe ich noch übrig. Und ich habe hier alles, hier alles und, ja, hier muss ich nur noch die Axt auf Level 5 hochstufen. Tja. Ach, wisst ihr was? Die eine Prüfung, die machen wir noch. Wir machen noch die Prüfung auf einfach und schwer. Die machen wir in dem Part noch. Kommt. Schwächere Gegner töten, um das Schild des Stärkeren zu zerstören. Aha. Ach du Scheiße. Ne, ist so einer. Die Miete ist unverwundbar. Verbleibende aktive Verbündete. Ah. Nope. Also muss ich die ganze Zeit nur die Kleinen erledigen. Oder? Ne, jetzt. Jetzt werden mir keine weiteren Kleinen mehr angezeigt. Ah, sehr gut. Und Bäm. Sehr gut. Ach nö, jetzt ist er wieder unter Wunscher. So ein Dreck. Zack. Und. Höck mit dir. Ach, schade. Keine weiteren Typen erwischt. So, immer schön diese Exekutionen machen, denn währenddessen bin ich wenigstens unverwundbar. Nur für den Fall, dass der Boss mir noch irgendetwas machen möchte. Und ich nenne ihn jetzt mal so in Anführungszeichen Boss. Äh, what the fuck? Was ist denn jetzt los? Ach, ich bin blind. Ich wollte schon sagen, ey. What the fuck? Ach, toll. Yikes. Komm. Zack. Sehr gut. Jetzt sind andere Elite-Gegner, die den Elite-Gegner bewachen. Ist klar. Nix da. Jetzt ist Ruhe hier. Wo ist der Dreck? Komm schon. Das ist doch unglaublich. Dann los geht's. Okay. Ach. Ach, ja, natürlich. Eine von denen. Verdammt. Die Wechsel. So. Auftrag abgeschlossen. Nimmer- Nimmerwiedergängerin. Aha. Hab ich jetzt genug von denen getötet? Scheinbar. Die jetzt. What the fuck? Alter. Wo kommen die anderen denn jetzt auf einmal her? Alter. Jetzt lass mich doch mal. Ach, komm. Fickt euch doch. Ach. Bereit? Bereit. Mutern! Pass auf, Vater! Eler! Oh, no! Ja, go! Ja, go! My name. первые circadiyi. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Oh, 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 oh. Alles klar! Feuer! Links! Best? Oh no. Dumps, dumps, dumps. 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 Diesmal kriege ich dich, du Wichser! Alter! So. Hahahaha! Hahahaha! So! Sackgesicht! Oh, entschuldigt Leute, ey. Ich habe jetzt einiges weggeschnitten. Aus dem Grunde, weil... Ich mich immer blöder bei diesem Kampf angestellt habe. Wurde dementsprechend immer frustrierter. Ja. Es war ein Teufelskreis. Deswegen... Habe ich jetzt einen Schnitt gesetzt. Bis ich das erfolgreich hingekriegt habe. So, die schwere Prüfung. Töten sie Gegner, wenn diese innerhalb der Goldringe sind. Welche Goldringe? Hier. Okay. Also muss ich sie diesmal zu mir locken. Töten sie sich zu mir rocken. In der Batteline. Du hast gewand ich! Nein, wir farben! Mehr. Aber komm, ich schlafen! Jetzt... Ach, Trios, lass ihn kommen, lass ihn kommen. Welle abgeschlossen, wachsam bleiben. Okay. Ach, den hätte ich jetzt aufheben müssen, ich Idiot. Mist. Okay, die ist besser da. Ach, grüß dich. Du bist ja direkt in den Kreis reingesprungen, ist ja nett von dir. Mensch. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Nee, 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 fuck you. Ich könnte es mal mit eurem beschissenen Blindheitseffekt. Der Untergang der Dunkelalben abgeschlossen. Brauch. Okay. Ja, einen fehlt. Ja, genau, du fehlt mir. Jawohl. Hehe. Okay, diese Prüfung ist doch schon mal deutlich angenehmer, weil mir nicht die ganze Zeit irgendein Boss oder ein Mini-Boss umherschleicht, während ich andere Gegner vorher noch töten muss. Hi. Äh, okay, das zählt das? Nein, wenn er runterfällt, zählt das nicht. Mist. Oh, das sind sogar zwei Ringe diesmal. Oder be... Nee. Der hat sich bewegt. Alter. Alter. Okay, das war jetzt überraschend. Ach, nee, ne? Ach, einen habe ich wenigstens noch. Einen habe ich wenigstens. Nee, nee. So, Nummer zwei. Von fünf. Aber dass ich jetzt auch nur ein Side-Limit habe, ist sogar noch beschissener. Also, das hatte ich natürlich von Anfang an, aber... Trotzdem fand ich das schon die ganze Zeit nicht geil. Komm mal her, komm mal her. Jawohl. Vier von fünf. Nein. Ah, du bist natürlich jetzt genau richtig. Schön in die Richtung schlagen. Perfekt. Yes. Ja. Die Prüfung, das soll die schwere gewesen sein? Die davor, die fiel mir deutlich schwerer. Deutlich schwerer. Okay. Schwelende Glut 20, 3500 Hacksilber, fünf Feuerwappen. Zu offen. Geil. Okay, Leute. Damit würde ich sagen, beende ich den Part an der Stelle. Danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns hoffentlich auch zum nächsten Part. Von God of War. Wo wir... Ja, soll ich noch weitere Prüfungen abschließen? Schaffe ich das so vom Level her? Naja, was ich im nächsten Part auf jeden Fall machen werde, ist meine Ausrüstung ein bisschen abgraden. Das auf jeden Fall. Das ist notwendig. Mal gucken, ob ich danach hier noch weitermache oder erst einmal die Story weiter fortführe. Also dann, bis zum nächsten Mal. Also, will Odin dorthin, wo er nicht hinkommt? Soll das heißen, dass er auch nach Jürtenheim will? Ja. Er ist geradezu besessen davon. Aber es ergibt überhaupt keinen Sinn. Oh, seit wann erzähle ich Unsinn? Waldyr wollte durch uns den Weg nach Jürtenheim finden. Aber das war, bevor wir überhaupt wussten, dass wir nach Jürtenheim müssen. Das ist verrückt. Abgesehen davon, dass ihr unterwegs nach Jürtenheim seid. Also hatte er recht. Jetzt bin ich verwirrt. Dann hast du jedenfalls zugehört. Hm. Wenn Odin und Baldir nach Jürtenheim wollen und glaubten, dass wir der Schlüssel sind. Woher wussten sie das, bevor wir selbst überhaupt wussten, dass wir dorthin müssen? Mimir besteht darauf, dass es Sinn ergibt. Hm. Gut. Dann mal an die Arbeit. 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 Dann mal an die Arbeit.